In diesem Film lernen Sie, wie Sie für gleiche Abstände zwischen Objekten sorgen können. So geht's. Markieren Sie die Objekte, klicken Sie auf Anordnen, zeigen Sie auf Ausrichten und wählen Sie Vertikal verteilen. So verteilen Sie horizontal. So verteilen Sie die Objekte, klicken Sie auf Anordnen, zeigen Sie die Objekte, klicken Sie auf Anordnen.